Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder eine Börsenvorstellung, nachdem wir uns jetzt zuletzt die etwas größeren Börsen angeguckt haben, schauen wir uns heute mal eine etwas kleinere Börse an, die zumindest im europäischen Raum und ich glaube amerikanischen Raum noch relativ unbekannt ist, aber im asiatischen Raum natürlich schon umso mehr. Es geht heute um CoinEx, was sind die Vorteile, was gibt es vielleicht noch zu bemängeln, ihr wisst ich gehe da alles ganz ganz neutral an bei diesen Videos, um euch wirklich mal so einen wirklichen Input zu geben und nicht nur um irgendwelche Rafflings oder sonstiges abzugreifen, es gibt übrigens glaube ich auch gar keinen Raffling, den ich unten im Video habe, deswegen ganz neutrale Börsenvorstellung, wenn euch das Video gefällt, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal und wenn ihr Bock habt so etwas nicht mehr zu verpassen oder keine Chartanalysen oder keine Talkvideos mehr, dann klickt gerne auf die Glocke, würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Gut, dann starten wir würde ich sagen direkt durch, wie gesagt heute geht es um CoinEx, wurde 2017 gegründet, mittlerweile auf Platz 21 bei den Topbörsen, klingt jetzt echt niedrig, wir haben 43 Börsen, also im direkten Mittelfeld, muss man aber dazu sagen, dass CoinEx in den letzten Wochen und Monaten deutlich, deutlich hinzugewonnen hat. Das Marketing in Deutschland hat noch nicht wirklich gestartet, weil auch ein Grund dafür, hier steht zwar, es gibt eine Apple App, die gibt es aber noch nicht, es gibt momentan nur eine Android App, die funktioniert aber dafür bombe. Ich habe mir das sagen lassen, ich habe kein Android Phone, deswegen habe ich das testen lassen, funktioniert alles, läuft alles flüssig, also kann man wirklich perfekt machen. Was ich ja letzte Woche bei, oder vorletzte Woche bei Bitkit ein bisschen bemängelt habe, ist mit den Market Orders, funktioniert hier alles Bombe, also da kann man nichts sagen, also Android App, wer Android Phones hat, kann ich nur empfehlen, die App ausführlich zu testen, beziehungsweise auch dort zu handeln, funktioniert alles mega flüssig. Genau, also wie gesagt, 2017 gegründet, Seite an sich aufgebaut wie jede andere, hier habt ihr oben Markt, Fiat, Konvertieren, Spot, Contracte, Finanzen, schauen wir uns das alles nach und nach an. Ja, ihr habt 595 Token, 1008 Märkte, 24 Stunden Handelsvolumen bei 700 Millionen, also schon ordentlich, 30 Tage Volumen bei 22,9 Billionen, also Milliarden. Sehr, sehr viel, ja, hier unten steht nicht mehr wirklich viel CoinEx Partnerschaften, CoinEx Partner, Market Maker, Listing beantragen, also es besteht auch hier die Möglichkeit, sich Coins, wer da draußen irgendwelche Coins listen will, könnt ihr euch dann da unten bewerben, beziehungsweise das beantragen. Ansonsten gibt, sage ich mal, auf der ersten Seite wenig, wir können uns höchstens nochmal ganz kurz die Gebühren anschauen, die sind eigentlich relativ normal, so wie überall, Maker Gebühren, Taker Gebühren, die sind absolut im Rahmen, so wie es überall bei den ganzen Börsen ist, das heißt, ihr habt hier keinen, ich sage jetzt mal Vorteil, kein Nachteil, absolut neutral bei der Börsenauswahl. Den einzigen Vorteil, den ihr euch, sage ich mal, holen kann, sind die CET-Token. Das ist die, sage ich mal, der Token von CoinEx, auch noch relativ unbekannt, man sieht hier die umlaufende Menge, alles schön grafisch dargestellt. Auch Rückkauf-Historie, also hier werden auch immer wieder Tokens zurückgekauft, was ich auch eine gute Einstellung finde. Und jetzt schauen wir uns den Coin auch noch gleich mal auf CoinMarketCap an. Momentan bei 3 US-Dollar Cent mit einer MarketCap von 22 Millionen US-Dollar. Fällt also so genannt auch noch unter, zumindest bei mir, unter Small Caps, weshalb ich mir CoinEx, also den CET-Token, auf jeden Fall noch in mein Small Cap Portfolio reinhau und auch, weil man eben Gebühren sparen kann bei CoinEx. Und da ich weiß, dass das Marketing jetzt nach und nach immer weiter hochgefahren wird, dass da mit anderen, ich meine YouTubern, Seiten, also sowas wie Krypto-Gro und so, dass da immer mehr Werbung betrieben wird, glaube ich, dass es vielleicht vom Investment Case jetzt nicht gerade das Schlechteste ist, deswegen habe ich es mir ins Small Cap Portfolio reingepackt. Schauen wir mal, wie gesagt, den Token könnt ihr, wie gesagt, momentan bei Ascendex, CoinEx, wir können uns mal alle Märkte angucken, da seht ihr nur CoinEx und Ascendex, aber wenn, dann würde ich es wirklich direkt bei CoinEx kaufen. 22 Millionen MarketCap hat auf jeden Fall Potenzial, je nachdem, wie sich die Börse weiterhin aufstellt. Ich finde sowas nicht verkehrt, einfach auch um Gebühren zu sparen, deswegen, why not? Also wer da wirklich traden will, dann, wie gesagt, App funktioniert top, auch an sich, die Website funktioniert wirklich Bombe und hält sich auch wirklich gut, muss man sagen, in so einem Bärenmarkt, hält sich der Coin eigentlich relativ gut. Gut, so viel dazu. Dann, wie gesagt, das könnt ihr euch gerne angucken, einfach nochmal alles über den CET-Token, also den CoinEx-Token, gerne mal durchlesen. Dann könnt ihr natürlich auch Fiat einzahlen, könnt ihr auch über insgesamt sechs verschiedene Wege machen, ihr könnt Visa, ihr könnt SEPA, ihr könnt SWIFT. Also habt ihr genügend Möglichkeiten, wie hier eins halt auch die Referenzpreise und so, wird alles immer klar und deutlich angezeigt. Auch das funktioniert Bombe, mal ausprobiert mit Kreditkarte, Bombe, schnelles Geld da und dann könnt ihr natürlich auswählen USDT, USDC, BTC, ETH. Wird euch alles angeboten, finde ich cool. Was ich nur da vor allem jetzt, bevor wir jetzt mal zum Traden kommen, wo habe ich es denn? Ne, da. Ja, bevor wir zum Traden kommen, auf jeden Fall erstmal, ihr könnt auch konvertieren, also halt konvertieren, ja. Oder die ganzen Token in dann jeweils entweder CET oder was halt auch immer changen wollt. Finde ich auch eine coole. Da ist zum Beispiel, finde ich, der Vorteil bei Femex, könnt ihr das nicht mit allen Kryptowährungen machen. Hier könnt ihr es, also guck mal, ihr könnt euch da wirklich alles auswählen, was ihr Bock habt. Alle, die hier angeboten werden, das finde ich echt cool. Wenn man mal schnell alles umchangen will, nicht in USDT oder sowas und dann wieder neu kaufen und so, ist das, glaube ich, ein guter Schritt. So, dann, Kontrakte, auch sehr cool. Also ihr könnt hier bis zu 100x Hebel, ganz ehrlich, Leute, ihr wisst, was ich davon halte. Ich halte ganz ehrlich nichts davon, mit 100er Hebel hier in die Märkte reinzugehen. Aber wie gesagt, das wird angeboten. Könnt ihr da auswählen, USDT, ihr könnt hier den Hebel einstellen, wie ihr das wollt. Ihr könnt euch auch nochmal so ein Vertragstutorial angucken, also wie man tradet und sowas oder auf was ihr achten solltet. Was mich hier ein bisschen stört, ich weiß jetzt gar nicht mal, ob es in der App ging, aber am PC geht es jetzt ehrlich gesagt nicht, dass ihr den Hebel ein bisschen mehr verstellen könnt. Also ihr habt die Auswahl zwischen 3, 5, 8, 10, 15, 20, 30, 50. Bin ich jetzt nicht so Fan davon. Also wenn dann, finde ich, also ich bin so, also gut, ganz ehrlich, ich trade meistens 3, 5, 10. Das sind eigentlich so die gängigsten Hebel, aber es gibt ja auch Leute, die mit einem 6er Hebel, 7er Hebel, je nachdem, wie man Bock hat, traden. Deswegen, das, finde ich, gehört noch ein bisschen ausgebaut, dass man hier sagt, okay, man macht hier einfach noch ein 1er, 2er, also wirklich von 1 bis 100, dass man sich einfach so eine Leiste ziehen kann, je nachdem, wie man den Hebel einstellen möchte. Fände ich persönlich sinnvoller. Aber gut, ansonsten funktioniert es flüssig. Ihr habt Limitpreis, Marktpreis, Stop Limit, Stop Market. Das ist das Wichtigste, vor allem Marktpreis finde ich extrem, extrem wichtig. Wie gesagt, das war die Sache, die mich bei BitGet ein bisschen gestört hat. Ich weiß noch nicht, warum das jetzt hier jeder schilt. Aber das ist die Sache, die ich hier auf jeden Fall gut finde. Und ihr könnt direkt mit dem Marktpreis, ihr müsst nicht mit Limit Order und dann zum Market Order und so. Also so, wie ich es mir von der Börse vorstelle, so funktioniert es auch wirklich flüssig. Alles schön aufgebaut. Ihr habt das ganz normale Trading View Tool, was natürlich auch gang und gäbe ist. Meines Erachtens sogar ein paar mehr Zeitzonen, bilde ich mir jetzt zumindest einen Gegensatz zu anderen Börsen. Also funktioniert auch alles hier. Bombe läuft wirklich flüssig. Ihr könnt einzeichnen, was ihr wollt. Also wirklich das Gang und Gäbe, wie ihr es halt kennt. LogChart, AutoChart. Also euch ist hier wirklich absolute Freiheit gemacht. Ihr könnt die ganzen Coins hier drüben auswählen. Und ihr seht, da gibt es einfach eine Menge zu traden. Könnt ihr euch durchtraden. Je nach Lust und Laune. Ethereum auch mit 100x, aber ganz ehrlich Leute, braucht kein Mensch. 100x ist lebensmüde. Macht es bitte nicht. Auch wenn es bei Börsen immer wieder beworben wird, kann ich euch wirklich nicht empfehlen. Ja, dann Spot. Auch interessant. Hier habt ihr sogar die Auswahl, nicht nur USDT Spot zu kaufen, was ich echt gut finde, sondern auch USDC. USDC gilt ja momentan zumindest ein bisschen mehr als sicherer Hafen. So in der jetzigen Marktlage, weil immer wieder USDT-FAT und sowas kommt. Deswegen, why not? Why not dann ein bisschen hier mit USDC traden, beziehungsweise USDC Spot kaufen. Also traden könnt ihr nur mit USDT Spot kaufen, mit USDC. Also auch nicht schlecht. Könnt hier ein bisschen nach Token sortieren, was ich auch cool finde. Was ich jetzt auch schon des Öfteren auch bei Börsen gesehen habe, nach DeFi. Damit ihr nicht immer ewig suchen müsst. Phantom. Gut, da gibt es nur einen Polkadot-Ökosystem. Was haben wir noch? Layer 2, Layer 1 und so. Das finde ich echt cool, dass man das hier wirklich sortieren kann. Gut, hier gibt es einen kleinen Sprachfehler. Layer. Soll eigentlich Layer 1 heißen, aber Laden steht da. Gut, Übersetzung und so. Wie gesagt, das Marketing startet erst alles. Aber das finde ich ganz gut. Binance Smart Chain. Finde ich wirklich gut, dass man das dann ein bisschen sortieren kann. Ihr könnt es nach Hebel auch sortieren. Wie ihr Bock habt, nach Hebel sortieren. Ja, gut. Das sind so Kleinigkeiten, aber euch wird hier relativ viel geboten. Muss man schon wirklich dazu sagen, weshalb ich wirklich überzeugt bin, und wie gesagt, die Android-App funktioniert bombe. iOS-App kommt dann im, ich glaube, September, Oktober. Ich habe die erst vor kurzem gefragt, soll dann die App dann wirklich kommen. Also es wird auch nach und nach ausgebaut. Es gibt genug Listings auch, muss man schon sagen. Maxi, Bing-X sind ja so meine Favoriten, was Listings angeht. Aber auch Coin-X legt da jetzt immer mehr nach. Also es werden viele Coins jetzt auch relativ flott bei Coin-X gelistet. Es gibt auch viele, wo auch erstmal nur auf Coin-X gelistet werden. Also da wird schon langsam immer mehr ausgebaut. Was man so merkt, früher waren die Player immer Bybit und sowas, Femex. Aber mittlerweile auch diese ganzen unbekonnten Maxi hat sich einen Namen gemacht. Vor allem für Alt-Coins top. Coin-X, nächste Börse, wo vor allem für Alt-Coins und frühe Listings absolut Bombe ist. Kann ich echt nur empfehlen. Und natürlich Bing-X, wo zum Traden mein absoluter Favorit ist. Das habe ich euch schon oft genug gesagt, dass ich fast alles nur noch da trade. Coin-X werde ich dann, sobald die iOS-App raus ist, nochmal ausführlich auch mit der App testen. Also wenn ihr da Bock habt, gerne Bescheid geben, dass ich das dann auch nochmal teste ausführlich. Aber ihr kennt mich, ich bin einfach eher Handy-App-Trader. Ich bin wenig am PC, fast nur am Handy. Deswegen, mir fehlt diese App noch. Vielleicht hole ich mir auch irgendwann mal noch ein anderes Phone. Muss ich mal schauen. Aber, wie gesagt, für alle, die Android haben, schaut euch die Seite gerne an. Ich kann es echt nur empfehlen. Läuft alles flüssig, sieht alles sehr übersichtlich aus. Es kommt auf jeden Fall noch viel, viel mehr. Was ich auch gehört habe, was irgendwann mal noch kommen soll, ist halt eben, oder was schon kommt. Aber ich habe es, glaube ich, noch gar nicht so gefunden. Es soll, dass ihr euch Renditen holen könnt. Ich habe es nur, ganz ehrlich, gerade nicht gefunden. Aber es gibt es, glaube ich, mittlerweile schon. Oder es soll noch kommen. Oder ich habe es gehört, ich will euch das Falsches erzählen. Aber ich bilde mir ein, es kommt auf jeden Fall noch. Das kann ich sagen. Ansonsten gibt es so AMA, wo ihr euch noch, wo ihr euch daran beteiligen könnt. Also so Liquidity Pools. Auch eine coole Sache. AMA-Risiko wird euch hier alles noch mehr erklärt. Also es ist wirklich cool. Ihr habt hier sehr, sehr viele Freiheiten, die ihr euch nehmen könnt. Sehr übersichtlich. Viele Möglichkeiten. Wie gesagt, nach und nach und ich glaube, bis nächstes Jahr, nach dem ganzen Marketing etc. pp., wenn da noch mehr YouTuber etc. oder sowas darüber reden, wird das Ding, glaube ich, irgendwann mindestens Top 15, wenn nicht sogar Top 10 Börse auf jeden Fall sein, weil die sich wirklich Mühe geben. Also gerne ausprobieren. Ich werde euch den Link, wenn es einen Link gibt, werde ich ihn euch unten in die Videobeschreibung reinpacken, wenn ihr Bock habt. Ich weiß nicht, ob es einen Bonus gibt. Ganz ehrlich, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Schaut einfach nach, wenn ihr Bock habt, die Börse zu testen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ansonsten gibt es wenig zu sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Was ich gerade noch sehe, ihr könnt noch einen Dark Mode aktivieren. Alter, das sieht nice aus. Also Dark Mode, ich bin Fan vom Dark Mode. Schaut euch gerne auch diesen Dark Mode an mit einem Klick. Finde ich besser. Also wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video ein Like da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir hören uns zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Stay crypto. Bye, bye. Bye, bye.